Kennst du das? Es ist Wochenende, du willst wegfahren, aber dein Kühlschrank ist voller Lebensmittel? Was macht man damit? Eine Lösung für dieses Problem wurde vor kurzem im Göttinger Weltladencafé in der Nikolai-Straße aufgestellt. Das Foodsharing-Regal. Aber was ist Foodsharing? Wir haben Stefan Monique für euch gefragt. Foodsharing ging vor zwei, drei Jahren ungefähr los und hat angefangen als Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Lebensmittelverschwendung irgendwie versuchen einzudämmen. Und das Ganze hat angefangen als Homepage-Projekt, dass man, wenn man irgendwas zu Hause über hat, das einfach auf die Seite stellen kann. Das ist Foodsharing. Kann man einfach alles in das Regal reinstellen? Der Kühlschrank richtet sich in erster Linie danach, ob der Verteiler eine Kühlmöglichkeit hat oder nicht. Unser erster Verteiler steht im Weltladencafé. Da gibt es keinen Kühlschrank, keine Kühlmöglichkeit. Das beschränkt sich auf alles, was im Laden auch nicht gekühlt werden muss. Der zweite Verteiler, den wir gerade einrichten, der wird ins Autonomikum kommen. Das heißt im Blauen Turm, im Erdgeschoss auf dem Zentralkampus. Da gibt es auch einen Kühlschrank. Da kann man dann auch Joghurt reinstellen, beispielsweise oder Milch. Und das heißt, ihr könnt Gemüse, Obst und Abgepacktes im Weltladencafé verteilen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Was nicht mit dazu kommen sollte, sind Sachen, wo Salmonell ein Problem werden kann. Das heißt, Erzeugnisse aus rohen Eiern oder Fleischprodukt. Also rohes Fleisch ist auch kein Punkt für uns. Aber ansonsten ist eigentlich alles möglich. Wir haben uns vor das Weltladencafé gestellt und Nutzer des Verteilers für euch befragt. Wie bist du auf Foodsharing aufmerksam geworden? Ich habe das zufällig gesehen, als ich im Weltladen war. Und dann war da diese Kiste oder das Regal direkt neben dem Ausgang. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir schon, das ist ja ganz praktisch. Meine Mitbewohnerin hat bei Facebook einen Link rumgeschickt an ihre Freunde und auch an ihre WG. Und ja, da war ein Artikel über das Foodsharing hier im Weltladen drin. Nutzt du Foodsharing regelmäßig? Also meine Mitbewohnerin hat selber schon mal Sachen aus dem Regal genommen. Und dann haben wir die alle gegessen. Und ich habe mir auch schon Sachen zu Hause zurechtgelegt, die ich eigentlich da mal reinlegen wollte. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Nee, gar nicht, um ehrlich zu sein. Also ich war bisher zweimal da. Aber das war gut. Du willst das Projekt unterstützen? Wir haben Stefan gefragt, wie ihr mitmachen könnt. Wir brauchen ganz dringend mehr Menschen, die die Lust haben, freiwillig mitzumachen. Weil es gibt mehr Angebote letztendlich, als wir irgendwie bedienen können. Ich formuliere es mal so. Also wir können gar nicht alle Punkte abgrasen, die wir abgrasen könnten, weil wir nicht genug Leute haben. Das kann manchmal zeitaufwendig sein, aber letzten Endes gibt es ganz, ganz viele kleine Punkte, an denen irgendwie gedreht werden kann. Sei es jetzt irgendwie, man guckt hin und wieder mal auf den Verteiler drauf, macht den mal sauber, ob der in Ordnung ist oder man holt Essen ab. Also packt eure Sachen und bringt eure übrig gebliebenen Lebensmittel in ein Foodsharing-Regal in eurer Nähe. Und so könnt ihr ohne schlechtes Gewissen euer Wochenende starten. Foodsharing – eine Alternative zum Wegschmeißen. 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 Untertitelung. BR 2018